So, also ich habe jetzt mal eine ganz neue Strecke hier informiert, wie man über Tull nach St. Köln fährt. Allerdings hat es ein bisschen Ärger beim Umsteigen in Tullner fällt, weil der Automarkt abfüllt war. Irgendwie hat das nicht so gut, war das auch nicht so unversichtlich, dass man wieder vorgestellt hat. Also, ich warte auf den Westpark. Ich wünsche euch mal einen guten Tag. Und ja, Tillmann kommt ein bisschen auf dem Frankreich aus, das heißt, wenn ich wünsche, dann muss ich erstmal in die Klinik und dann muss ich zur Wilken Akademie. Und ja, ein Verlieger habe ich geordnet, dass ich mal von dem Schluss, dass ich das ganze zu tun und dem Thema kläre. So, um am besten aufzusprechen und echt sehr froh, wo ich mache und wo ich jetzt ein bisschen auslassen kann in der nächsten Zeit. Und ja, ich habe jetzt alles ausgedrückt, weil ich jetzt ein bisschen frische Arme. Und dann habe ich meine Aufmerksamkeit jetzt noch jetzt. Und dann habe ich meine Aufmerksamkeit.